Und so mit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Landwirtschaft Simulator 2013 im Megaprojekt. Diesmal wieder mit der Motelina. Hallo. Den Rocktox aka Surferkiller. Hi. Den Doktor und den Güden. Moin moin. Ja ich bin der Güden. Güden. So wo habt ihr denn jetzt den Düngerstreuer versteckt wieder Freunde. Güden was. Diese Vorstellung klingt mir immer ein bisschen zu wie bei den anonymen Alkoholiker. Hallo ich bin der Güden. Ich trinke seit drei Jahren nicht mehr. Ich bin der Hermann und seit drei Jahren Pädophil. Oh 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 zukommt, weil von Randy hier. Ich glaube, dann wirst du demnächst regelmäßig im Call of Duty gemessert. Ich bin nicht bei Call of Duty. Ja, das ist genau hier. Black, nee. Battlefield. Genau, Kampffeld. Ich werde jetzt erstmal Feld 15 nämlich schön mit Kunstdünger verseuchen. Muss ich jetzt erstmal gucken. Wo ist denn das Feld 15 überhaupt? Ah, da fahre ich halt gerade dran lang. Nee, das ist Feld 11. Also der Verkauf des Rapses hat uns 190.000 Euro gebracht. Ja, dann können wir die Kredite zurückbezahlen. Yay. Yay, was macht denn hier diese eine Palette hier von Dings hier, die Strolltpalette. Ich wollte loschecken, wie das ja aussieht. 76, gut. Ich habe schon wieder ein Lag gehabt. Ja, weil ich den Kredite zurückbezahle, denke ich. Ach, wir sind wieder arm. Oh, schuldig. Ja, Peter Zweckert braucht nicht mehr kommen. War gleich im Minus. Wir sparen 1000 Euro Anzahlskosten. Wir tun da gerade ab, Geld verprassen. So, dass die Zeit läuft. Die Zeit läuft vor. Die laufenden Kosten. Die laufenden Kosten am Arsch. Ja. Ist ja wahr, ey. Die können mich mal laufenden Kosten. Überwahl ist besser. Da hatte man noch kleine laufende Kosten. Ja. Und wir sind im Minus. Lass uns wieder auf Oldtimer umsteigen. 3, 2, 1 jetzt. Meinz, 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 meinz. So, könnte Ballen aufsammeln. Oh, da muss man ja Licht anschalten hier. Ach so, der hat gar keinen, hinten hat der gar keinen. Oh, wo ist denn der Ballen? Das hat uns jetzt echt in die Schuldenfreiheit gebracht. Ist die BG Arbeit vergoren? Dann können wir nämlich mal sehen. Wir sind hier schon alle ready. Immer mal schön mit der Ruhe. Wir sind gerade bei 88 Prozent. Der Rendi ist ready. Mensch. Und bei welchem Feld sind noch welche zum Einsammeln? Ähm, 5 und 6 waren. Oder zumindest 6 irgendwie. Also da unten jedenfalls bei den kleinen Feldern. Auf Feld 22. Auf den oberen habt ihr schon alle? Die oberen sind eigentlich alle eingesammelt. Und der eine, den du auf Feld 15 versteckt hast. Ach so. Ja, der ist da bis Ostern. Der ist bis Ostern. Und der ist dann für den Abonnenten, der dann den suchen darf. Genau. Und es könnte vielleicht auch einer sich den John Dirk schnappen und mal die restlichen Rundbeilen einsammeln. Der John Dirk ist unter meinem Besitz und hängt dann einen Anhänger dran. Boden weg. Okay. Boden weg. Okay. Boden weg. Und. Interessante. Boden weg dabei ist. Boden weg. Boden weg, genau. Boden weg, genau. Sehr dumm. Dann gehst du irgendwie als Eunuch durch. Ja, auch. Das wäre die Buch dann. Halt 15. Mal schauen, ob ich meinen eigenen Köttel finde, den ich versteckt habe. Deinen eigenen Riesenköttel? Deinen eigenen Elefantenkot. Der ist doch irgendwo versteckt, ey. Wie sieht es mit der BGA aus? Können dann sehen. Yes. Ja, mitten in der Nacht, 0 Uhr 1. Zu dir rein, oder? Ich würde mich davon wieder freuen. Jupp. Ja, das dauert jetzt eine ganze Zeit, bis wir alles gesät haben. Das wären wohl so Stündchen, anderthalb. Ja. Haben wir ein bisschen was zu tun. Also ich sage mal so, ich habe den so gut versteckt, ich finde ihn nicht mehr selber mehr. Also es ist dann doch tatsächlich irgendwann angebracht, noch eine zweite Sämaschine zu kaufen, aber ich würde sagen... Erstschlepper. Ich würde sagen, wir gehen aber dann auch noch auf andere Fruchtsorten, ne? Oder? Ein Prozent war noch drin. Also, wir haben nur zwei Schlepper, die in der Condor überhaupt bewegen können. Und der Shooter ist hart auf der Grenze. Können wir nicht so ein super Ding kaufen, das irgendwie alles ansehen kann und riesengroß ist? Gibt es sowas, so ne? Ne, das ist unrealistisch. Ja, solche Cheatdinger wollen wir nicht haben hier. Ne, wieso Cheatdinger? Das meinte ich ja. Vielleicht gibt es ja sowas im Spiel aus, darum frage ich dich. Ne, das gibt es nicht. Aber es gibt einen Mut, das ist der Lemken24QZ. Der hat eine Arbeitsbreite von 26 Metern und kann alles anpflanzen. Geil ist toll, muss man lassen. Habe ich früher damit über angefangen. Also, ich habe... Irgendwo hatte ich auch mal eine Mod gesehen, irgendwie mit einem Grubber von über 100 Meter Arbeitsbreite. Ja, das gab es damals bei 2009 auch oft. Solche 50 Meter Schneide. Muss ich ganz ehrlich sagen, was haltet ihr von solchen Mods? Ich finde es gut. Da kann man immer solche schönen Videos drüber machen und sich über die Leute lustig machen. Ja, gut. Machst du solche Videos mit dir im Kanal? Äh, ja. Gerade ist so ein Kulma, ich glaube, 50 Meter Schneidewerk, 50 Meter Groover. Und ansonsten einfach mal bei mir auf dem Kanal die Folgen Olaf und... Die haben wahrscheinlich auch gerne geguckt, oder? Olaf und die Ampeln. Olaf und... Ich weiß gar nicht. Also alles Olaf und die Tankstelle. Das sind alles irgendwelche Mod-Parodien von Mother Oster. Ah, ja. Also von mir über irgendwelche sinnlosen Mods von Mother Oster. Da kommen alle zwei, drei Monate mal in eine Folge von Olaf und Schieß mich tot. Ist immer sehr aufwendig, weil das halt 3000 Mal synchronisiert ist mit sämtlichen Sprachen. Also mit sämtlichen Sprachverzachern und Schieß mich tot. Ah, ja. Okay. So, voll. Voll, ja. Danke. Der Rask kann dann weg. Okay. Ich hab schon alle Kötteln aufgesammelt. Gibt's noch irgendwo welche? Nee, ich muss erst mal wieder kacken gehen. So, für Olaf und die Ampeln, das war das Letzte. Das ging um die Hakenstedt Modified. Ja, das ging um die Hakenstedt Modified bei irgendeinem Release, wo die Map-Ampeln mit drin waren. Also hier, da haben wir die Map-Ampeln. Ja. Da haben die sich echt bei Mother Oster aufgeregt, die Map-Ampeln gehen nicht, weißt du? Scheiße, jetzt bin ich aus Versehen auf die Aufnahmetaste beenden gekommen. Das kann aber noch nicht allzu weit weg sein. Ich sage, ich liebe Olaf und die Ampeln, das war das Aktuellste, was aktiv ist. Da ging es halt damals darum, dass Multiplayer-Dings dann halt war. Da war halt dieser Ampeln-Mod-Zip mit drin. Und das geht ja Multiplayer nicht, weil Multiplayer die Ampeln ja auch nicht gehen. Eben. Ja, kleines einmalens. Dann haben die sich alle aufgeregt. Und da ist halt Olaf und die Ampeln entstanden mit Biskornisch. Er hat alles mitgespielt, der ADAC, der Bullen, der Feuerwehr und der Zentralrat des Wassers. Da hast du es immer mit so verzerrten Stimmen gemacht, ne? Ja, genau. Ein Aufwand. Das war aber lustig. Ja. Wenn das lustig ist, dann ist das den Aufwand auch wert. Ich muss es ja nicht lustig finden, andere müssen es ja lustig finden. Ja. Hat alles reingebast. Da war er entrockt. Ich glaube, durch den Server-Kill habe ich auch den Ballen auf Feld 15 gekillt. Aber ich finde den nicht mehr gemessert, nicht gekillt. Der ist verschwunden. Muss ich selber nochmal killen. Du musst auch mit dem Radweg-Bier holen. Genau. Also unsere 12 Hektar hier zu säen, da müssen wir wohl zweimal die Condor vollfüllen. Ja. Also ich komme auch. Also ich bin jetzt schon 75 Prozent vom Düngerstreuer ist schon leer. Also kommst du nicht anders. Ich komme vielleicht... Nee, ich glaube nicht, dass ich es komplett schaffe mit einer... Das sind 12 Hektar, das ist schon heftig. Ja. Wir kommen doch in ordentliche Größenordnungen. Feld 9 ist übrigens 20 Hektar. Habt ihr eigentlich auf Feld 14, dass hinten schon der Ende gepresst und aufgesammelt? Jep. Jep. Verdammt. Haben wir schon gemacht. Ganz so fleißig. Das haben Guten und ich in der letzten Folge gemacht. Man könnte echt eine zweite Condor kaufen. Hängt eigentlich mein Heuball noch oben beim Strohding fest? Keine Ahnung, musst du gucken fahren. Musst du fahren, dann guckst du. Ich gucke. Ich muss tanken. Kuma muss tanken. Hat noch irgendwer ein interessantes Thema, über das wir mal quatschen können, was ich immer mal auf der Seele... Mir ist langweilig. Brause. Das ist ein interessantes Thema. Irgendwas zum Diskutieren. Hörst du noch Miley Cyrus' Musik? Was für euch? Miley Cyrus' Bestkick. Ja, er hängt noch. Nicht? Schade. Biss das schon aus dem Alter raus. Ja, also ich... Was ist das? Bald kommt er wieder rein. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, er kommt bald wieder rein. Also ins Alter, nicht in Miley Cyrus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das Überfreund. Klop. Kenne ich sowas nicht. Kenne sowas nicht. Musst du nicht kennen, doch. So ein ehemaliger Teenie-Star, Hannah Montana, irgendwie so... Wie verrückt geworden ist. Also ich höre Metal und ansonsten gar nichts. Ja, wenn du die jetzt angucken tust, das sieht auch schon fast aus wie Metal. Das ist dann auch nicht Heavy Metal, sondern Old Metal oder wie? Nee, das ist dann Sex Metal. Achso. Sexualunterricht für Anfänger und Wortgeschrittene. Genau. Ja, so eine Scheiße, also eine Scheiße, wie sie jetzt aussieht, das ist ja grottisch. Aber wo ich letzte Woche in Merane drinnen war und mit dem Bus wieder zurückgefahren bin, also in meinem Kopf, da waren halt ein Haufen Kinder mit drin und da auf seinem Smartphone, da war der vor mir, da hatte der Miley Cyrus. Sagt halt hin, ach, die Alte ist so geil, weißt du, was ich mir da... Der war, was weiß ich, vierte Klasse oder so. Vierte, fünfte Klasse, irgendwie sowas. In der Drehraum. Also damals als Teenie-Star hätte ich es ja noch verstehen können, wo die ja wirklich noch normal und ordentlich aussah. Ja. Ne, aber so wie die jetzt aussieht, sagt er, ey, die Alte ist geil. Habe ich mir Sorgen, was die Jugend... Oh. Was die Frauen bestehen. Ja. Die Jugend, nicht die Juden, die Jugend. Oh, das war der ganz, das ist die Schublade. Oh, yeah. Wer hat er jetzt gesagt? Oh, je, je, je. Ich, ich hab nicht so verstanden. Oh, ja, kommt einfach so. Nein, die Jugend geht jetzt gleich wieder. Grunde, nein. Ja, jetzt haben wir wieder das böse Wort gesagt. Das ist das Böse. Wieso ist das Böse? Das ist nicht Böse. Ja, das Wort, der Wort ja vielen als Böses angesehen. Ach, Quatsch. Ich finde, ich fand das immer so geil, wo Kronk das mal über die Minecraft-Folge geredet hat, weil sich da alle so einscheißen. Naja, geht ein Jude einkaufen. Nö, du hast Jude gesagt. Na, lass doch den armen Juden einkaufen. Ja, ey, soll er nichts kaufen? Ja, ey. Da fragt sich dann, wer, wer ist da jetzt irgendwie Antisemit? Wer lässt den Juden nicht einkaufen? Genau. Achso, scheiße, das ist ja gar kein Saatgut. Das erinnert mich ganz ehrlich an, wie heißt der Ding, Achmed, der Dead Terrorist. Kai, du geh in eine Bar. No. Was? Du lässt keine Juden in eine Bar? Racist Bastard. Das ist auch super. Und mich mal anfangen auf YouTube, Achmed, der Dead Terrorist, am besten auf Englisch, ist super. Ja. Lass mich in Ruhe. Ich fahr 10 Meter an ihm vorbei und werd schon angemault. Ich mein, ich wüsste gar nicht. Du hast wieder irgendwelche bösen Sachen mit mir vor, ja. Ich wüsste gar nicht. Ich wollte dir nur zeigen, wie schön ich da den Rundbeulen dahingestellt hab. Das schaut doch so schön dekorativ aus. Was tut das gut mit Harry Potter oder war das Markus? Harry Potter, was? Hä? Was tut das mit Harry Potter oder war das Markus? Das war, glaube ich, Markus, der hat doch angefangen, das zu gucken, irgendwie nebenbei auf dem Fernseher. Achso. Der Markus ist nämlich ein sehr steifer Fan von Emma Watson. Ja. Muss man wirklich mal sagen, da geht's ganz schön steil, wenn die läuft. Wir sind doch gar nicht anstößig. Eine sehr harte Konzentration entsteht dann. Muss man wirklich lassen. Grüße an dich, Markus. War das nicht die Folgen, wo wir auf das Fazit gekommen sind, alle Harry Potter Filme 1 bis 3 bleiben in Erinnerung, weil sie gut sind. Und ab Teil 3 bleiben sie in Erinnerung, weil Emma Watson so scharf ist. Ja, genau. Aus dieses Fazit sind wir dann dementsprechend gekommen. Aber die sieht bis heute halt auch noch gut aus, was man halt von Mary Cyrus nun mal leider nicht so erwarten kann. Ja, vor allen Dingen wegen der kurzen Haare. Ja. Das macht viel raus. Ja, da hatte ja Emma Watson auch ne ganze Zeit. Ja, aber nicht so schlimm. Ja, Lina, was machst du? Bist du da? Was gibt es zu tun? Ne, sie war so grad vor der Grube ganz versteift. Ja. Es ist voll. Hast du dir die Miley Cyrus aus dem zweiten Monitor ausführlich? Voll. Ach, sie ist voll. Achso, die Lina ist voll. Ja, ich, ja, ne, ich nicht. Noch nicht. Was gibt es noch zu früh erwarten? Langweilig. Ich bin mir langweilig, jetzt fange ich an, Leute zu ärgern. Ihr wisst, ihr kennt das. Ja. Du kannst hier dünen. Löhnt sich aber nicht. Naja, wer säht die jetzt an? Ich sähe die ganze Zeit schon an. Best. Ich sähe. Ich besame. So. Genau, er besamt jetzt die Felder hier. Jo. Jo. Ja, das ist ja Thema übergreifend, ne. Von Malvisalvis, auf Kälter bis Sam, auf Emma Watson, auf steife Konzentration, das ist ja immer durch den Darm. Ey, Rokos, du könntest mal deine Eier einsammeln, Nadine. Alle im Hühnerstall rum. Ja, wo ich fangt, du in den Hühnerstall. Deine Lendenfrüchte. So wie in den Kuhstall. Axel, hilfst du mir wieder in den Hühnerstall zu kommen? Nein. Das kannst du schon alleine, du bist jetzt groß. Du musst das so schnell erkennen. Ich bin schon groß genug. Habt ihr das gehört, das war zwar letzte Woche, ich weiß nicht, wir sollen hier über aktuelle Themen reden, aber ja, es gibt aktuell nicht aktuelles. Der Russe hier, der russische Künstler, der sich da in Moskau am Roten Platz seine Eier an die Bordstein-Dinger genahmert hat. Ah, ja. Ja, hast du nicht gehört? Aua. Ja, ja, das war sehr inspirierend. Sehr inspirierend. Hast du direkt nachgemacht, oder wie? Ja. Ja, klar, also, liebe Männer, wenn ihr nicht mal potent sein wollt, Eier ans Rathaus machen. Also, am Roten Platz, bitte. Am Roten Platz, beziehungsweise dann in Deutschland am Weißen Platz. Oder ans Rote Rathaus in Berlin. Ja, genau, und dann habt ihr auch Ruhe, dann könnt ihr ja sowieso keine Gedanken mehr zeigen. So. Kipp, klopp. Dann ist Ruhe im Puff, genau. Genau. Dann ist noch ein Puff, dann ist so ein Ehepuff. Äh, also... So, was gibt's, nennt sich heutzutage Swingerclip. Ja. Sehr amüsant, habe ich mir sagen lassen. Äh, das hab... Ne, ne, ich hab das bloß eh mal... Ich muss ja auch zugeben, ich gucke ja, ich lasse ja auf und zu mal Bild-Zeitung. Gucken kann man das ja Gott sei Dank noch nicht. Und da gab's... Da gab's dann irgendwann mal... Gibt's doch nicht Bild-TV? Äh, ja... Ja, ja, doch... Im Musik-Channel meine ich. Bibel-TV. Spiegel-TV, das gehört ja alles aus dem Maxi Springer-Gedänts. Ähm, auf jeden Fall wurde dann irgendwo mal mittags so veröffentlicht, wer geht eigentlich mittags ins Swingerclip? Hab ich nur so gedacht, ja, das interessiert mich jetzt so dermaßen, dass ich mir den Plus kaufen muss. Nur wie du das ja mit dem Traktor gemacht hast, ich kenn sowieso schon wieder kötzen, aber ich kenn dich sowieso manchmal totschlagen, war aber mal abgesehen. Lauf zum Bremsen, oder was? Aber dann hat er das Scheißgefühl bei dir. Mach dir denn da, wieder. Ja, 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 das hier wird auch in den Lüner stellen. Achso, übrigens auffällt, äh, was ist das hier, 10? Liegen auch noch Elefantenköttel rum. Bei 10, ja! Danke, Henry. Wollte ich helfen? Ja, sammle ein. Nein, ich ziehe die Facken. Oh! Scheiße! Scheiße! Was feiert denn? Was macht der denn? Also, das läuft. Das muss man jetzt erst mal nachmachen. Der erste Traktor hat Eva mitten am Haus, der Traktor. Also, Giant Software vorhin, hat man aber gut gelassen. Ne, Giant Engine. Ich hab das zum Glück auf Bild, das ist eh bestimmt, warum er etwa... ...Randy hängt am Zauber, plötzlich wurde wegkatapultiert und steht plötzlich am Dach vom Bauernhof mit dem Traktor. Ja, in dem Sinne kann man ja auch so, ich will dann den Pferd beenden, ich schneide euch das dann kurz raus, dann könnt ihr euch das angucken. Und ja, wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten Pferd wieder, bis denn, tschüss! 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 Untertitelung. BR 2018